Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich im Körperforum zu unserer heutigen Veranstaltung, mit der wir die Tage des Exils hier in Hamburg offiziell eröffnen. Mein Name ist Lothar Dittner und ich begrüße Sie im Namen der Ausrichter des Tages des Exils. Dies ist eine Gemeinschaftsinitiative, getragen von der Weichmann Stiftung, der Körperstiftung, der Landeszentrale für politische Bildung, der Walter A. Behrensson Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur und dann 54 weitere Partner und Unterstützer aus Hamburg, die natürlich jetzt alle nicht namentlich erwähnt werden können, von denen ich aber viele hier im Publikum sehe, worüber wir uns sehr freuen. Die Zahl von insgesamt über 60 Veranstaltungen während der Tage des Exils, wir führen das zum zweiten Mal durch, die Zahl hat sich mehr als verdoppelt. Diese Zahl lässt ahnen, dass wir als Ausrichter dieser zweiten Ausgabe der Exiltage vom Interesse der Teilnahme geradezu überlaufen worden sind. Stiftungen, Universitätseinrichtungen, Theater, Kirchen, Museen, Schulen, das Rathaus, viele weitere Kultureinrichtungen, tatsächlich öffentliche und zivilgesellschaftliche Akteure haben sich neben an diesem Programm teil. Es gibt Vorträgungen, Lesungen, Filme, Ausstellungen, Performances, Führungen und viele andere Formate, die Sie im Programm der Tage des Exils finden, das überall bei uns hier im Haus ausliegt. Warum ist Hamburg für so etwas wie die Tage des Exils geradezu prädestiniert? Hamburg hat natürlich als Hafenstadt vor allen Dingen eine lange Tradition der Ein- und Auswanderung, hat, wenn wir uns auf das letzte Jahrhundert beziehen, sowohl während der NS-Zeit Menschen ins Exil vertrieben, wie auch in der Nachkriegszeit anderen Menschen Schutz vor Verfolgung geboten. Und natürlich bewegt uns dieses Thema in Hamburg noch einmal völlig neu vor dem Hintergrund der großen Flüchtlingsbewegung 2015-2016. Hamburg ist, und das ist nochmal ein ganz kurzer Exkurs in die Geschichte, maßgeblich auch von Menschen wieder aufgebaut worden, die aus dem Exil während der NS-Zeit nach Hamburg zurückgekehrt sind. Denken Sie an den ersten Bürgermeister Hamburgs, Max Brauer, aber auch an Herbert Weichmann, der als Sozialdemokrat und Jude gemeinsam mit seiner Frau Elsbeth im Exil vor der NS-Herrschaft war. Anschließend nach Hamburg zurückkam, hier Finanzsenator wurde und von 1965 bis 1971 erster Bürgermeister war. Herbert Weichmann ist überdies auch der einzige jüdische Regierungschef eines Bundeslandes bis heute geblieben. Hamburg hat auch eine lange Tradition, wenn es um die Beschäftigung mit dem Thema Migration geht, in der Forschung zum Exil, wie sie von der Forschungsstelle für Exilliteratur betrieben wird, der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden oder der Arbeitsstelle NS-Verfolgter Musiker am Institut für Historische Wissenschaften. Und natürlich muss man auch die Organisationen nennen, die sich mit dem aktuellen Exil beschäftigen. Die Hamburger Stiftung für politische Verfolgte finde ich ganz vorne zu nennen, die Refugee Law Clinic, das Theater für Geflüchtete, H.I.U.S.O.M. und viele andere mehr. Hamburg ist also tatsächlich bundesweit so etwas wie einer der wichtigen Ankerplätze für die Beschäftigung mit Fragen des Exils und der Migration. Und das Bild dieser vielen Einrichtungen, die sich um dieses Thema kümmern, schlägt sich auch im Programm der Tage des Exils nieder. Deswegen ist es so umfangreich geworden und wir sind sehr erfreut darüber, dass es diese Resonanz gefunden hat. Es sind natürlich aber nicht nur die Hamburger Einrichtungen, die den Tagen des Exils Bedeutung verleihen, sondern auch die Persönlichkeiten, die ihren Namen mit dieser Initiative verbinden. Wenn Sie im letzten Jahr schon dabei waren, dann werden Sie sich erinnern, dass es Hertha Müller war, die noch einmal sehr eindrücklich die historische Verantwortung für das Thema Exil hier in Deutschland in Erinnerung gerufen hat. Und in diesem Jahr ist es eine Frau, die in besonderer Weise für die Gegenwart des Exils steht und die aus einer sehr leidvollen und schmerzhaften eigenen Erfahrung mit Verfolgung spricht. Ich begrüße Nadja Murat, seit September 2016 die erste Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel der Vereinten Nationen. Selbstüberlebende des Genozids an den Jesiden 2014. Liebe Frau Murat, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie nicht nur die Schirmherrschaft für die Tage des Exils übernommen haben, sondern dass Sie heute Abend auch persönlich über Ihre Exil- und Fluchterfahrung mit uns sprechen werden. Herzlich willkommen hier im Körperforum. Die Geschichte von Nadja Murat steht für sehr viele Schicksale von Jesiden, die seit August 2014 vom Islamischen Staat im Irak auf unsagbar grausame Weise verfolgt wurden. 5.000 Männer und Jungen wurden ermordet, über 7.000 Frauen und Kinder entführt, über 400.000 Juden, Jesiden, Entschuldigung, sind aus ihrer Heimat vertrieben und weitere Tausende werden vermisst. Nur sehr wenige konnten wie Nadja Murat fliehen und haben in Deutschland und in anderen Ländern Zuflucht gefunden. Frau Murat ist seitdem nicht müde geworden, sich öffentlich zum Schicksal der Jesiden und zum Menschenhandel zu äußern und ich will dazu nur einige der Stationen nennen. Im Dezember 2015 berichtete Nadja Murat dem UN-Sicherheitsrat in New York von ihrer Folter durch IS-Kämpfer. Am 16. September 2016 wurde sie durch Ban Ki-moon zur UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden des Menschenhandels ernannt. Am 10. Oktober 2016 wurde sie in Straßburg von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit dem Václav-Havel-Preis ausgezeichnet und am 13.12.2016 wurde sie gemeinsam mit Lamia Bashar vom Europäischen Parlament mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. Wir werden jetzt gleich mehr über das Leben und die heutige Arbeit von Nadja Murat hören. Wir freuen uns, dass Birgit Langhammer vom NDR durch das Gespräch führen wird. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Langhammer. Bevor ich die Bühne räume, möchte ich gerne noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen auf eine kleine Ausstellung, die Sie vorhin im Foyer finden. Dort sehen Sie Zeichnungen und kurze erläuternde Beschreibungen der Vertreibung und Verfolgung der Jesiden aus dem Schengal. Wir danken Herrn Saleh al-Dahoud, der die Zeichnungen angefertigt hat für diese Ausstellung. Er ist heute ebenfalls hier bei uns im Körperforum. Schließen möchte ich gerne damit zu sagen, dass es natürlich mit den Tagen des Exils weitergeht und auch hier im Körperforum weitergeht. Übermorgen wird hier der gerade erst mit dem Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnete Schriftsteller Ilya Trojanow die erste Hamburger Rede zum Exil halten. Nun darf ich aber Frau Murat und Frau Langhammer auf die Bühne bitten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wenn wir technisch, genau, Ihr Mikrofon noch, technisch soweit sind. Sehr gut. So lange nutze ich die Zeit, vielleicht auch noch ein paar Ablauf-Dinge zu klären. Also ich habe die große Ehre, jetzt mit Frau Murat sprechen zu dürfen. Sie haben alle Kopfhörer auf Ihrem Platz liegen. Wir haben einen Simultanübersetzer, den Sie auf jeden Fall brauchen, wenn Sie wissen wollen, was Frau Murat sagt. Deswegen sind Sie hier. Ich hoffe, dass sich das technisch für alle erklärt, aber das sieht gut aus. Für alle, die neu sind vielleicht heute auch bei dieser Veranstaltung. Es ist auch üblich, dass auch Sie zu Wort kommen, wenn Sie das denn mögen. Wenn Sie eine eigene Frage haben an Frau Murat, wird das möglich sein, dass Sie sie stellen. Eine ganz große Bitte heute. Überlegen Sie sich eine Frage. Ich weiß, es sind viele hier, die vielleicht auch ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Und ich sage es ganz offen, dafür haben wir nicht die Zeit in diesem Forum. Aber, die gute Nachricht, nach dieser Veranstaltung gibt es einen Nachempfang und Sie können dann auch bei einem Getränk draußen sich untereinander noch unterhalten. Da wird sehr viel Zeit sein. Und Sie werden, auch das hat man gerade am Anfang schon gesehen, auch die Gelegenheit haben, dann nochmal persönlich Nadja Murat Guten Tag zu sagen oder vielleicht auch, kommt darauf an, ob sie das möchte, ein Foto zu machen mit ihr. So viel die Vorworte. Dann doch noch ein weiteres Vorwort. Mein Name ist Birgit Langhammer, ich arbeite bei NDR Info, einem Nachrichtenkanal im Norddeutschland. Und ich erinnere mich noch, als wir 2014 die Nachrichten bekamen und alle ratlos waren, weil die erste Frage war, Jesiden, damit haben wir uns noch gar nicht richtig beschäftigt. Kennt sich jemand aus mit dieser Religion? Warum wird ausgerechnet jetzt eine solche Bevölkerungsgruppe verfolgt? Und ich weiß nicht, ob Sie sich auch noch erinnern, es hielt sich ein paar Tage, Wochen in den Nachrichten. Bis hierhin haben wir es, ob der vielen anderen Ereignisse, auch ein bisschen aus dem Blick verloren. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute Abend Nadja Murat hier haben, damit sie uns berichtet über ihr eigenes Schicksal, aber auch über das, was sie weiß von den verbliebenen Jesiden im Irak. Ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Murat. Ich weiß, dass Sie eigentlich immer mehr für Ihr Volk sprechen wollen und gar nicht so sehr über sich, aber trotzdem sei am Anfang die Frage gestattet, persönlich. Wie geht es Ihnen? Sie leben in Baden-Württemberg, wir sprechen über die Tage des Exils. Auch Sie leben in Deutschland im Exil. Wie sehr kann das eine zweite Heimat für Sie sein? Vielen Dank. Ich freue mich als erstes, dass ich hier sein darf und hier sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung. Mein Leben in Baden-Württemberg. Ich lebe dort mit meiner Schwester. Wir sind durch das Programm des Landes Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen. Das Leben ist sehr schwer, nach einer sehr schwierigen Situation, sein Land, seine Heimat zu verlassen, ins Exil zu gehen, ohne Familie, ohne Verwandte, alleine ins Exil zu gehen. Aber das Land Baden-Württemberg und die Bevölkerung haben uns unterstützt. Sie helfen uns dabei, das Geschehene zu vergessen, damit wir ein neues Leben anfangen können. Unser Leben ist natürlich viel, viel besser als das Leben derjenigen Frauen und Mädchen, die jetzt noch in den Camps leben. Aber es ist sehr schwierig. Viele Verwandte sind immer noch in den Händen der IS. Viele sind in den Lagern. Wir wissen nicht, was mit dem Schicksal unseres Volkes sein wird. Es ist sehr schwer. Neulich sind wieder Überlebende der Verschleppung aus dem Jahr 2014 befreit worden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Nachrichten hören? Das ist natürlich sehr erfreulich, wenn Menschen dort befreit werden. Wenn eine einzige Frau befreit wird, ist das sehr erfreulich. Es gibt keine generelle Lösung. Wir wissen, unter welchem Schicksal die Menschen leiden und leiden müssen. Aber wenn ein Kind oder eine Frau aus den Händen der IS befreit wird, freuen wir uns sehr. Die Zahlen gehen ja sehr weit auseinander. Geschätzt zwischen 1.500 und 3.000 Frauen und Kinder werden noch vermisst. Haben Sie jetzt noch Hoffnung auf Befreiung? Wird genug auch schon getan? Oder ist es auch vor Ort aus dem Blickwinkel ein bisschen gerutscht? Es gab viele Mädchen und Frauen in Mosul. Die IS hat sie dort festgehalten. Wir haben gedacht, wenn Mosul befreit wird, dass Tausende Frauen befreit werden, weil 3.000 noch in den Händen der IS sind. Aber Mosul ist fast komplett befreit. Und ich glaube nicht, dass nicht viel mehr befreit werden. Bisher sind nur 30 befreit worden, weil die IS sie von einem Ort in ein anderes Ort verschleppt und sie mitnimmt. Wir glauben, dass jetzt viele in Tel Afer sind. Und Tel Afer ist jetzt umzingelt. Wir haben die Hoffnung, dass eine große Zahl von Menschen in Tel Afer befreit werden kann. Nun haben Sie vorab ja auch schon erzählt, es ist möglich, gerade auch dank der modernen Technik, mit Handys noch Kontakt zu halten, zumindest zu den vielen geschätzt 400.000 Jesiden, die aus ihrem Land auch vertrieben wurden und die jetzt in Camps leben. Haben Sie auch Kontakt zu entführten Frauen? Haben da manche Frauen die Möglichkeit, irgendwie auch Kontakt zu ihnen aufzunehmen? Oder weiß man gar nichts? Ich habe keinen Kontakt zu den gefangenen Frauen. Die IS lässt nicht zu. Sie dürfen keine Handys haben. Es gibt selten Fälle, wo sie Handys haben und uns kontaktieren können. Vor einiger Zeit gab es drei Frauen, die uns kontaktiert haben. Aber wir haben jetzt den Kontakt verloren. Wir wissen nicht mehr, wo sie sind, weil die IS ihnen keine Freiheit gibt, sie gefangen gehalten werden und von ihren Familien ferngehalten werden. Vielleicht auch noch mal eine Verständnisfrage, woher überhaupt dieser Hass kommt und warum sich der islamische Staat, die Terrororganisation IS überhaupt so auf Jesiden, dieser Hass sich so auf Jesiden projiziert. Können Sie uns das noch mal kurz abreißen? Vor der Zeit der IS haben wir mit vielen Arabern in Schengel zusammen gelebt. Es gab keine Probleme. Wir haben uns verstehen können. Es gab auch früher viele Genozide gegen die esiden, wegen der esidischen Religion. Sie hatten zwar Probleme mit uns, aber wir haben immer gesagt, wir können sprechen und alle Probleme lösen. Jeder kann nach seiner Religion leben. Aber die Muslims, die Araber in der Region, haben zum Beispiel damals unser Essen nicht gegessen, weil sie sagten, die Isiden sind schmutzig. Obwohl sie mit uns befreundet waren, haben sie unser Essen nicht gegessen. Wir haben aber nicht gedacht, dass sie in dieser Form als Terroristen so etwas mit uns machen, weil als die IS kam, da sagte die IS, dass die Isiden Ungläubige sind, kein Buch hätten, sie seien Ungläubige. Und deswegen sei es legitim, ihre Frauen und ihre Mädchen zu ehelichen, die Männer zu töten, die Jungs zu töten. Und die Menschen in der Umgebung haben die IS dabei unterstützt. Sie haben mitgemacht, viele kannten die IS, wir waren befreundet, wir kannten uns und sie sind zu IS gegangen und haben sich an dem Genozid beteiligt. Sie waren gegen unsere Religion. Und der Hass kommt daher, weil sie sagen, dass sie sind Ungläubige, sie seien Kufars und sie dürfen solche Menschen nicht dulden. Wobei auch an dieser Stelle man natürlich wieder unterscheiden muss zwischen Muslimen und Islamisten. Ihnen selbst ist bei der Flucht ja auch eine muslimische Familie hier zu Hilfe gekommen. Mit Sicherheit sind alle Muslime kein IS. Es gibt viele Menschen, die gute Menschen sind und die andere unterstützen und die mit der IS nichts zu tun haben. Wir sagen nicht, dass alle Moslems Terroristen sind. Aber wir fragen die Moslems, dass sie diese Moslems ablehnen, dass sie diese Islamisten ablehnen sollen, dass sie ihnen nicht erlauben sollen, im Namen des Islam zu sprechen. Sie sollen sich dagegen auflehnen. Ich war bei Sheikh Al-Asr in Ägypten und habe ihm gesagt, dass diese verurteilt werden, dass man sich gegen ihnen stellen soll und verhindern soll, dass Jugendliche sich zu ihnen gehen und sich an sie beteiligen. Es ist richtig, dass eine Familie mich unterstützt hat und nicht nur mir geholfen hat, sondern auch viele andere Menschen geholfen haben. Viele Menschen sind freiwillig zu IS gegangen. Deswegen die Frage an den Islam ist, beziehungsweise unsere Bitte ist, dass man sich mit uns gegen diese Terroristen stellt und dass man zurück zum richtigen Islam kehrt. Es gibt noch weitere Minderheiten, auch Christen in der Region und mit denen haben die Jesiden immer schon auch bei allen Verfolgungen gut zusammengelebt. Was ist dann da der Unterschied zu den Differenzen, die es mit Islamisten gibt? Das funktioniert, weil man sich gegenseitig respektiert? Wir hatten keine Probleme mit den Christen. Wir haben wie eine Familie zusammengelebt. Wir haben keine Differenzierungen gemacht. Wir haben genauso, wie wir den Christen gegenüber Respekt gezeigt haben, haben wir auch den Islam Moslem-Christen gezeugt. Und die Christen haben eine Buchreligion, sind eine Buchreligion und wir sind keine Buchreligion. Deshalb haben sie ein Problem mit uns. Kommen wir jetzt auch schon zu Ihrem unermüdlichen Einsatz und zu Ihren Forderungen. Sie sind ja schon an den unterschiedlichsten, wirklich hochrangigen Stellen weltweit gewesen und haben gesprochen und haben auch geworben in Ihrer Sache bei der UN, bei der EU. Sie haben Angela Merkel getroffen. Man hört Ihnen zu und dann? Es ist ermüdend. Es ist schwierig. Ich war über 24 Ländern. Einige Länder war ich vier, fünf Mal dort. Immer wieder. Außer ich war in Lamia, Farida, Achlas, Salwa und auch andere Frauen in diesen Ländern und haben Zeugnis abgelegt über dieses Unrecht. Auch sie haben großes Unrecht erlitten. Wir haben den Wunsch, dass sie sich um die Menschenrechte kümmern. Viele Frauen sind vor der Öffentlichkeit dort verkauft, vergewaltigt, festgelaufen worden. Alles Schlimme, was man machen kann, sind mit uns gemacht worden. Aber praktisch ist im Prinzip nichts passiert, dass man einen Schutz den Minderheiten dort gewährt, ihnen eine Möglichkeit gibt, dort zu leben. Es ist nicht passiert. Kein IS ist vor einem Gericht gestellt worden. Sie werden nicht verfolgt. Und wir sehen, dass die IS den Irak verlassen werden. Wir wollen, dass dort eine Schutzzone für die Jesiden eingerichtet wird, damit sie das Glaube nicht verlieren, dort leben können. Jetzt spalten wir uns jetzt gerade, jetzt teilen wir uns auf in zwei Themen. Bleiben wir erst mal bei dem Territorialen und kommen dann gleich noch mal zu dem, glaube ich, auch größeren Part, nämlich der Verurteilung und auch der Rechenschaftsziehung der Täter, die Sie ja auch fordern. Aber einmal zurück zum Irak und auch zu Ihrem Dorf Kusho, in dem Sie gelebt haben, in dem Ihnen das auch alles widerfahren ist. Das Dorf ist inzwischen auch befreit worden. Und Sie konnten vor zwei Wochen tatsächlich selbst auch hinreisen. Was haben Sie erlebt? Etwa drei Jahre lang habe ich mein Haus verlassen, die Heimat verlassen. Die Dörfer waren in der Hand der IS. Ich habe sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet, nach Hause zurückkehren zu können. Ich wusste, dass wir nichts mehr haben, dass wir Schlimmes erlitten haben. Aber es ist unsere Heimat, unser Ort, unser Bleibe, das Ort Schengal. Und als es befreit wurde aus den Händen der Schengal, war es noch nicht gereinigt worden von der IS. Meine Familie wollte nicht, dass ich zurückkehre. Sie haben gesagt, das ist noch nicht gereinigt. Es lauern da viele Gefahren. Ich sollte nicht zurückkehren. Ich wollte es aber unbedingt tun. Ich war dort. Alles war anders. Alles war zerstört. Kojo hat eine Massenhinrichtung hinter sich, ein Massenmord hinter sich. Kein Mensch war am Leben geblieben. Alle waren verschwunden. Keine Kinder, keine Frauen, keine Männer. Das ganze Dorf, in dem ich mein ganzes Leben dort verbracht habe. Mit tausenden von anderen Jesiden habe ich dort gelebt. Es hat kein Mensch mehr dort gelebt. Es gab nichts da, als die IS kamen und wir das Haus verlassen mussten und wir abtransportiert wurden. die ganzen Männer sind dort ermordet worden. Unsere Brüder, unsere Freunde, Cousins, alle Jesiden. Es war sehr schwierig. Wir haben nichts getan. Wir haben nicht gesündigt. Wir haben niemandem Unrecht getan und niemandem etwas weggenommen. Und plötzlich waren wir die Opfer. Ein Massenmord, Hinrichtungen. Viele Menschen sind ohne Familie. Waisenkinder sind zurückgeblieben. Ich bin in unser Haus gegangen, wie jedes andere Haus in Schengal. Die haben alles mitgenommen. Alles, was da war. Sogar Fenster, Türen, die Einrichtung, Bilder, Fotos. Alles, was da war, hatten sie mitgenommen. Alles, was der Familie gehört hatte. Sachen von meiner Mutter, meinen Schwestern. Alles war weg. Ob wir zurückkehren oder auch nicht. In unserem Herzen bleibt dieser Ort unsere Heimat. Diese Dörfer bleiben unsere Dörfer. Nach diesem großen Opfer, nach dem Tod von vielen jungen Männern, nach der Vergewaltigung von vielen Frauen, unabhängig davon, ob wir zurückkehren oder nicht, dieser Ort bleibt unsere Heimat. Natürlich, jetzt waren Sie vor kurzem erst dort und haben uns ja jetzt sehr eindrücklich beschrieben, wie schwierig das auch ist. Haben Sie die Vorstellung, selbst wenn es dann eine Schutzzone gäbe, dort wieder leben zu können oder ist die Erinnerung einfach auch zu schrecklich und dort zu nah? Ich habe eine Zeit lang, war ich bei meiner Familie in einem Kampf in Sacho. Ich habe mit vielen Männern, Frauen, Kindern gesprochen. Alle, die da zu mir gekommen sind, haben zwei Sachen gesagt. Entweder internationaler Schutz und dass sie zu ihrem Recht bekommen oder sie bleiben in diesen Camps, bis sie einen Weg nach Europa ins Ausland finden. Die Jesiden wollen zwei Sachen. Mehr als 400.000 Jesiden leben in Irak und Kurdistan. Alle leben in Camps. Zwei Sachen haben sie gesagt. Schutz, internationaler Schutz, damit man auch wieder Vertrauen gewinnen kann oder alle werden das Land verlassen. Jeder Jesider wird dann zu einem Flüchtling werden in einem anderen Land. Damit kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Punkt, den wir vorher schon kurz einmal angesprochen hatten, nämlich auch ein wichtiger, oder was Ihnen auch natürlich wichtig ist, dass die Verantwortlichen, die Menschen, die Ihnen das angetan haben, auch zur Verantwortung gezogen werden. Ich sage es noch mal, Sie haben mit sehr vielen, sehr prominenten Politikern gesprochen, haben das auch zur Sprache gebracht. Warum gibt es immer noch keine Verfahren am internationalen Gerichtshof? Warum ist bis heute auch noch nicht ein IS-Kämpfer oder Terrorist verurteilt worden oder zumindest zur Anklage gebracht worden? Wir sagen auch, warum. Warum? Diese Unterdrückung, diese Misshandlung, Vergewaltigung der IS, ist bewiesen. Da gibt es sehr viele Beweise, Videos und andere Sachen. Und sie drohen auch damit. Sie geben auch selbst zu, diese Menschenrechtsverletzungen zu begehen und begangen zu haben. Seit einem Jahr arbeitete ich mit der Armee Cloni als Anwältin. Sie arbeitet in unserer Sache, Maurice Chenouri arbeitet auch in dieser Sache und einige andere Anwälte arbeiten für diese Sache, damit die IS angeklagt wird. Aber seit drei Jahren ist kein einziger IS-Anhänger angeklagt worden, weder in einem nationalen Staat oder international. Und sie sagen alle, Irak ist da zuständig. Und Irak ist nicht Mitglied des internationalen Gerichtshofes. Und Irak kann das nicht tun. Nur Irak können das Verfahren eröffnen. Wir haben schon zweimal mit dem Irak gesprochen und gebeten, ein Verfahren zu eröffnen. Und damit die UN auch das Nötige tut. Vor einigen Tagen, als ich in Kocho war, da habe ich wieder angesprochen, auch im Fernsehen von Haider Abadi verlangt, dass das geschehene Unrecht nicht ungeschehen bleibt, dass gegen die IS ein Verfahren eröffnet wird, dass sie angeklagt werden und dass da etwas gemacht wird. Und die irakische Interpretation lautet auch, wir sind Opfer des IS und deswegen gibt es quasi eine jesidische Sonderstellung. Oder worauf beruft sich der Irak, es nicht zu verfolgen? Ja, das ist der Grund. Sie sagen, dass nicht nur die Jesiden betroffen sind, die gesamte Bevölkerung Iraks sei betroffen. Das ist richtig, dass das ganze Volk im Irak unterdrückt wird. Aber das, was mit Jesiden gemacht worden ist, ein Genozid. Weil an einem einzigen Tag über 5000 Menschen getötet worden sind. An einem einzigen Tag über 6500 Frauen, Mädchen, vergewaltigend, versklavt worden sind. Mädchen ab 8 Jahren werden von der IS vergewaltigt. Seit drei Jahren werden Hunderte von Kindern als Kindersoldaten in Syrien eingesetzt. Sie haben eine Gehirnwäsche mit ihnen gemacht und sie selbst zu Terroristen gemacht. Vor zwei Monaten haben zwei Brüder Amsat und Jamdar. Sie haben sie von ihrer Mutter weggenommen und eine Gehirnwäsche gemacht und beide haben sich in Mosul in die Luft gesprengt. Das waren jesidische Kinder. Wir sagen nicht, dass das irakische Volk auch nicht unterdrückt worden ist. Nein, alle Minderheiten wurden unterdrückt, aber das, was mit den Jesiden gemacht worden ist, ist etwas ganz anderes seit drei Jahren. Und nun sind Sie ja auch heute Abend hier, was uns sehr freut, weil wir die Möglichkeit haben, es von Ihnen direkt zu hören und eben auch unsere eigenen Fragen nochmal an Sie formulieren dürfen. Die Frage haben Sie auch schon hundertmal gehört und dennoch, woher haben Sie diese Kraft genommen? Wann haben Sie, gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie festgestellt haben, ich bin die Person, die stark genug ist und ich werde mich öffentlich äußern, ich werde mich nicht verstecken? Ich sehe das nicht als Kraft. Ich sehe mich nicht als kräftig, mächtig. Ich habe mich auch bei dir erst nicht kräftig, mächtig gefühlt. Ich sage nicht, dass ich vergewaltigt worden bin und jetzt es Ihnen zeigen werde. Deswegen, ich konnte mich nicht wehren und daher sehe ich mich nicht als kräftig. Es ist Unrecht, was geschehen worden ist und wenn man sich dagegen nicht schützen kann, es ist nicht nur etwas zwischen mir und einem anderen Menschen, es ist nicht eine Sache, ein Unrecht zwischen zwei Familien, jesidischen und muslimischen Familien. Wenn das so etwas wäre, zwischen zwei Familien oder Menschen oder Dorfbewohnern, wenn es zu Problemen zwischen jesiden und Christen gekommen wäre, wie auch immer, dann hätte man anders darüber gedacht und sich verhalten. Aber das ist Krieg, das ist Vernichtung, das ist kein, das ist vor unseren Augen mit uns geschehen. Sie haben uns vernichtet, sie haben uns zerstört, Vergewaltigung, Zerstörung, Versklavung und dann verliert man alles und dann soll man darüber auch noch sprechen. Es hat mit Kraft nicht viel zu tun. Ich sage das nur, weil ich damit vermeiden will, dass jesiden von der Bildfläche verschwinden, dass sie endgültig zerstört werden. Ich sage damit, die Menschen es sehen, verstehen und uns helfen und uns zu Hilfe kommen. Gerade auch Missbrauchsopfer, das kennen wir aus vielen anderen Fällen auch, möchten hinterher damit nichts mehr zu tun haben. Es ist mit Scham behaftet, das ist schwierig, es nochmal anzusprechen. Nun brauchen sie aber ja genau diese Geschichten, um die Frauen eben nicht irgendwo ins Versteck abzudrängen, wo sie allein damit fertig werden müssen, aber sie brauchen ja auch Zeugen, sie müssen ja auch die Geschichte belegen. Glauben Sie, das wird noch funktionieren? Werden Sie auch ein Beispiel sein, damit sich Ihnen viele anschließen, die sich dann öffnen können, was nicht einfach ist? Vielen Dank. Ich habe auch, wie immer schon gesagt, vor allem Mädchen und Frauen, wenn sie vergewaltigt werden, schämen sie sich darüber zu sprechen. Es ist mit einem großen Charme verbunden, darüber zu sprechen. Ich möchte es auch vergessen. Ich möchte auch ein, wie jedes andere Mädchen, Frau, ein anderes Leben führen. Viele Mädchen sprechen darüber. Ich bin nicht alleine. Vor mir und auch nach mir haben viele gesprochen und auch jetzt sprechen viele darüber. Und es ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass Zeugnisse abgelegt wird. Wie Sie gesagt haben, Zeugen sind wichtig, weil wenn wir es nicht bezeugen, was passiert ist, dann wird es in Vergessenheit geraten. Ich schäme mich, darüber zu reden. Es ist nicht so, dass es mir gleichgültig ist. Es ist nicht so, dass es mir nichts ausmacht, vor der Kamera darüber zu sprechen, dass meine Freunde und Verwandte mich hören. Es ist nicht einfach. Aber wir müssen sprechen mit der Hoffnung, dass Hilfe kommt. Dass Hilfe kommt. Und auch da gibt es eine Besonderheit, weil ihr religiöses Oberhaupt auch schon gesagt hat, Frauen, die ein solches widerfahren ist und die zurückkommen, werden in den Familien aufgenommen werden und es gibt dann keine Abklassifizierung, nur weil ihnen so viel Unrecht angetan worden ist. Das kennen wir leider aus einigen anderen Religionen, wo Frauen dann auch noch von ihren Familien verstoßen werden. Am ersten Tag hat der Babaschir, das Oberhaupt und der Hohe Rat und der Prinz Seesiden, die Jugendlichen, Familien, Schwestern, Brüder, alle haben sich dafür eingesetzt, dass alle, die von der IS wieder zurückkehren, noch mehr geehrt werden als alle anderen Frauen und Mädchen und man ihnen Respekt entgegenbringt und wir sind alle nach Lalisch in das Heiligtum gegangen und sind gesegnet worden und viele dieser Frauen haben auch geheiratet und viele Jugendliche haben damit kein Problem damit, junge Männer hatten kein Problem damit und das ist sehr hoffnungsvoll und auch in den Camps ist keines der Mädchen diesbezüglich angesprochen worden. Wie sehr gibt Ihnen Ihre Religion, Ihr Glaube in schwierigen Zeiten auch noch besonderen Halt? Ich bin kein besonders gläubiger Mensch Ich mag alle Religionen und habe Respekt vor allen Religionen Ich habe etwas was ich bei mir trage so wie ein christliches Symbol so ein Symbol trage ich bei mir Ich habe von einem Muslim ein Symbol bekommen das mir helfen soll es soll mich schützen vor anderen Menschen auch das trage ich bei mir und auch ein esidisches Symbol trage ich bei mir ich habe auch von einem Inder ein Symbol bekommen auch das trage ich bei mir und das hilft mir aber natürlich liebe ich meine Religion weil ich in dieser Tradition groß geworden bin weil diese Religion Frieden stiftet und niemanden ablehnt sondern Respekt zeigt und sagt andere Religionen haben auch ihre Wahrheit wir haben nichts gegen andere Religionen und wir werden auch nicht mit Gewalt erzogen sondern wir dürfen ihrer Religion in Frieden nachgehen die Religion ist über 4000 Jahre alt bisher haben die Jesiden noch niemals nirgendwo nirgendwo auf der Welt Gewalt angewendet und andere Glaubens Richtungen Andersgläubige unterdrückt und nach dem jesilischen Glauben hat jeder das gleiche Recht von daher freue mich hier siede zu sein Sie sagen schon aus Ihren Forderungen spricht ja auch nicht ein Vergeltungswunsch oder ein Rachegedanke sondern es geht Ihnen um Gerechtigkeit was wünschen Sie sich oder wo müsste sich jetzt dringend etwas ändern damit es zu dieser Gerechtigkeit kommt auf welchem Weg das was wir fordern das ist unser Recht wir fordern nichts was uns nicht zusteht und die internationale Gemeinschaft müssen die Möglichkeit schaffen dass Jesiden Christen und andere Minderheiten in ihren Herkunftsländern leben können sie müssen beschützt werden sie müssen im Irak und Kurdistan die Menschen erster Klasse leben können und sie müssen gleichberechtigt dort leben können und die internationale Gemeinschaft muss sich um diese Minderheiten kümmern und wenn sie sie schützen sie müssen sie schützen damit sie nicht zu Flüchtlingen werden auf der anderen Seite wenn man nichts tut dann können andere ähnliche Terroristen wie die IS kommen und das gleiche wiederholen und wenn es die Gerechtigkeit wirklich gibt dann bitte ein Verfahren gegen die IS eröffnen und sie anklagen die IS will kein nichts was ihnen zusteht sondern sie kommen um zu töten und auch sich selbst zu töten und wenn sie angeklagt werden dann wird das Recht wieder zurückkehren Sie sind seit eineinhalb Jahren in Deutschland Sie sind nach Baden-Württemberg gekommen über ein spezielles Hilfsprogramm nun ist die Geschichte die Sie erlebt haben im Irak wo der IS sehr mächtig ist sicherlich nicht vergleichbar aber inzwischen hat der IS auch Deutschland hat er auch Europa erreicht mit einzelnen Attacken wenn Sie von Anschlägen hören in Berlin oder in London was geht Ihnen da durch den Kopf haben Sie Angst auch hier ich habe Angst aber nicht um mein Leben ich bin ein Einzelner und wenn die es mich umbringt sie haben ja alles mit mir schon gemacht und der Tod ist das Einfachste dagegen aber ich mache mir Sorgen um die Menschen ich sorge mich um die Menschen dass noch mehr Opfer geben wird unschuldige Menschen die in die Schule gehen oder zur Arbeit gehen und unterwegs ihnen so etwas passiert und IS sagt immer wieder dass sie weitermachen werden und dass sie das überall auf der ganzen Welt verteilen werden überall wo man ihre Ideologie ihre Idee ablehnt wird man kämpfen und daher mache ich mir Sorgen ich mache mir Sorgen auch um Deutschland dass auch hier mehr passiert weil das ist jetzt unsere Heimat geworden Heimat der weisen Esiden der Esiden die niemanden mehr haben der Schutzlosen und natürlich mache ich mir mehr Sorgen und ich empfinde und fühle mehr und stärker und es tut mir weh wenn ich sowas höre und deswegen muss dieser Terrorismus bekämpft und zurückgedrängt werden das was im Irak und Syrien passiert ist darf nirgendwo sich wiederholen Ich glaube da sind wir alle Ihrer Meinung an dieser Stelle und von außen betrachtet also Sie leben jetzt in Deutschland aber haben ja viele internationale Reisen auch schon gemacht und haben ja auch schon vor vielen internationalen Gremien gesprochen das Interesse ist ja sehr groß und auch die Idee zu helfen die Idee gegen den IS vorzugehen ist ja inzwischen weltweit da aber es wären noch die falschen Mittel eingesetzt wäre dann wirklich auch eine Strafverfolgung ein Weg oder interessiert das Terroristen normalerweise auch nur sekundär ich glaube dass es ihnen schon was ausmacht sie vor Gericht zu stellen weil viele Menschen betroffen sind weil sie ein Wirtschaftssystem haben weil sie ein Geldsystem haben weil sie ein Ölsystem haben und weil sie auch eine Versorgung haben und von daher wenn man sie anklagen würde dann würde man auch dieses System angreifen und sie quasi entmachten und viele Menschen vielleicht sogar zwingen die IS nicht mehr zu unterstützen von daher ist es ihnen nicht gleichgültig es macht ihnen nichts aus sich zu töten andere mitzunehmen Krieg zu führen aber sie wollen nicht dass sie vor Gericht gestellt werden und ich glaube das ist der beste Weg sie vor Gericht zu stellen ich hatte es am Anfang schon angekündigt wenn sie Fragen haben dann wäre ab jetzt der Zeitpunkt ein kurzes Handzeichen zu geben wir haben zwei Mikrofone mit denen wir rumgehen können und ich bitte sie nochmal es sind viele Menschen es werden einige Fragen kommen wir wollen allen gerecht werden bitte formulieren sie eine Frage wenn das geht hier vorne war eine junge Dame in der zweiten Reihe bitte sie können gerne aufstehen sie können sich vorstellen wenn sie möchten okay danke also mein Name ist Guljan ich bin die Tochter vom jesidischen Oberhaupt hier in Hamburg und würde gerne meine Frage auf Kurdisch für Nadia quasi wir haben alle einen Stöpsel im Ohr es müsste eigentlich funktionieren okay super Nadia ist Kechow Pechimams einen jesidischen Würdentragers du sollst wissen dass wir auf deiner Seite sind wir unterstützen dich wir sind stolz auf dich und meine Frage ist als eine junge Frau die hier zum Beispiel in Deutschland geboren sind habe Schengal nicht gesehen ich bin dort gewesen ich habe es gesehen mit eigenen Augen was sollen wir tun was verlangst von uns sollen wir auch so wie du aufstehen und unsere Stimme erheben ja vielen Dank für diese Anregungen für diese Ideen Unterstützung alles was ihr hier machen könnt vor allem wir seht hier in Deutschland die hier geboren sind dass ihr euch an die Regierung wendet und bittet dass man sich um die Menschen kümmert ihr habt hier Freiheiten hier gibt es Demokratie ihr könnt das Recht nutzen für die Sieden es ist nicht so wie bei uns in unserer Heimat hier kann man viel machen von daher ist die Unterstützung von euch und euren Freunden und Bekannten viele Christen die euch unterstützen das ist sehr viel sehr wertvoll für uns alle die nächste Frage war hier vorne mein Name ist Djalmar Stemmann Sie sprachen eben das Thema Strafverfolgung an sehen Sie eine Möglichkeit dass vor Ort eine Strafverfolgung erfolgt oder muss das beim internationalen Strafgerichtshof oder woanders angesiedelt werden diese Frage haben wir auch gestellt viele sagen dass sie nicht daran glauben dass die IS im Irak angeklagt werden von daher glauben wir dass es wichtig ist dass sie vor einem internationalen Gericht angeklagt werden ein internationales Gericht ist wichtig und es kann dann die Möglichkeit schaffen dass wir zu einem Recht kommen ich glaube nicht dass das im Irak möglich ist das Recht kann man dort auf dem Wege nicht bekommen nach ganz hinten sehe ich es nicht aber ich glaube ganz in der letzten Reihe ja mein Name ist Aziz ich bin ein Siedler aus der Türkei ich bin seit über 30 Jahren in Deutschland ich freue mich sehr meine liebe Schwester dass du hier bist es tut uns sehr weh wenn du sagst wir sind weise Kinder und man braucht sie nicht schämen darüber zu sprechen was passiert ist wir sind stolz auf dich bis zum Ende meines Lebens werde ich mit dir zu sein ich werde dich unterstützen diejenigen die die Möglichkeit haben und nicht nutzen gegen dir vorzugehen das ist eine noch schlimmere Verletzung da kommt eine noch eine weitere Verletzung dazu dass in Holland kein internationales Gerüchte Verfahren eröffnet wird dass die UN sich diesbezüglich unbeweglich zeigt das tut weh diese Menschen müssen angeklagt werden das sind drei Jahre her unsere Wunden sind ganz schlimm diese Wunden müssen heilen sie dich nicht alleine wir sind alle mit dir wir sind ganz stolz mit dir und deinen freundinnen dankeschön jetzt war die reihenfolge glaube ich hier in der mitte vorne bitte ne ich meinte schon genau sie sind schon dran namens mein name ist christian edle ich bin hamburger bürger und ich würde dich fragen was wünschst du dir von den deutschen wie wir helfen können nachhaltig es wurde gesagt dass die politiker bis jetzt wenig getan haben was würdest du wünschen was nachhaltig konkret getan werden sollte damit sowas nicht mehr passiert oder was kann getan werden was wünschst du dir dazu mein wunsch vom deutschen volk ist dass esiden die wegen dieser grausamen geschichte hier gekommen sind auch wenn es viele flüchtige hier probleme verursachen und trotzdem ist mein Wunsch dass sie esiden als ein unterdrücktes volk anerkennen akzeptieren und dass sie sehen dass sie nicht freiwillig hergekommen sind und dass sie geflohen sind und sie als Flüchtlinge anerkennen es gibt keinen Ort wohin sie zurückkehren könnten Schengal ist zerstört und es gibt keine Möglichkeit zurückzukehren mein Wunsch ist dass die deutsche Regierung die esidischen Flüchtlinge nicht zurückschickt nicht abschiebt aktuell ist Frau Murat ja in Baden-Württemberg das hat deswegen funktioniert weil ein einzelner Ministerpräsident beschlossen hat vor einigen Jahren zu helfen vielleicht ist das auch eine Option die ganzen Projekte über die wir öfter sprechen es geht der Trend tatsächlich dahin dass sich kleinere Gemeinden Orte Bundesländer Initiativ zeigen und man sieht ja es hat funktioniert selbst wenn es über den Bund nicht gelaufen ist ein einzelnes Bundesland hat geholfen und es haben sich dann zwei andere angeschlossen vielleicht ist das auch eine Idee bevor wir zum nächsten es war erst der Herr vorne und dann der Herr in der letzten Reihe bitte heben Sie die Hand nochmal danke Dankeschön Frau Murat vielen Dank für Ihre Worte in Deutschland wissen wir sehr genau dass in den Flüchtlingsheimen in Deutschland ja auch Christenverfolgung stattfindet und Verfolgung von anderen Minderheiten und die Politiker aber auch die Öffentlichkeit besteht darauf dass alle Flüchtlinge in einem Flüchtlingsheim untergebracht werden wir wollen nicht die Wahrheit akzeptieren dass auch in Deutschland Verfolgung stattfindet was ist Ihre Meinung dazu sollte man die Flüchtlinge nach verschiedenen Ethnien und Religionen aufteilen oder zusammen in einem Flüchtlingsheim unterbringen Ich bin nicht dafür dass man die Menschen nach Religion separiert und teilt dadurch können noch andere weitere Probleme entstehen diese können weitere Angriffsziele darstellen von daher es ist wichtig die Probleme vor Ort zu lösen die Menschen die Probleme verursachen dass sie dort rausgenommen werden woanders hingebracht werden von daher soll man die Probleme lokal lösen das was du über Nadia gesagt hast über Schengal und das ist Geschichte das ist nicht einmalig und erstmalig das ist während der letzten Jahrhunderte immer wieder erholt worden zur Zeit des Propheten Mohammed und seinen vielen anderen Nachfolgern du du als eine jesidische Frau das ist jetzt arabisch kannst du mit denen zusammen leben mit den Moslems das ist meine zweite Frage viele Menschen viele Menschen aus Deutschland Frankreich und anderen Ländern sind mit den Islamisten in Sinjar gewesen und haben sich an diesen Gräuertaten beteiligt welche Rolle haben sie gespielt bei diesen grausamen Dingen die passiert sind ich möchte dass auch darüber du etwas sagst wenn die Moslems uns akzeptieren unsere Rechte anerkennen dann können wir zusammen leben auskommen wenn diejenigen die sich an diesen Grauertaten beteiligt haben verfolgt werden und bestraft werden und wenn offiziell unser Recht anerkannt wird und uns Schutz gewährt wird glaube ich dass wir mit guten Moslems zusammen leben können auf der anderen seite die menschen die internationalen IS anhänger die aus anderen ländern kommen wenn sie zurückkehren ich meine anwälte name kloni und mit den anderen haben wir auch gesprochen dass überall wo diese leute zurückkehren dass sie angeklagt werden zum beispiel in australien haben wir darüber gesprochen dass die namen bekannt gegeben werden dass sie wir haben die information über diese leute und geben sie weiter und das heißt wenn diese leute eines tages zurückkehren dass sie angeklagt werden es ist gefährlich aber jedes land kennt die leute die sich aus ihrem land beteiligt haben das können sie tun als nächstes war hier vorne in der mitte bitte wenn sie noch mal einmal kurz die hand heben genau ja erst mal danke für den vortrag und dass sie liebe unsere fragen beantworten ich habe eine frage sie haben gesagt dass die irak regierung die ja auch sehr schwach ist wenig macht um den IS also nicht jetzt militärisch zu verfolgen sondern vor Gericht zu stellen meine Befrage bezieht sich auf die kurdische Regionalregierung als der Genozid in Schengal passierte war es ja so dass die Peschmerga praktisch sehr unrühmlich verhalten haben und ich soweit ich es gehört habe hat das aber auch innerhalb der kurdischen Region einen ziemlichen Schock ausgelöst und eine Diskussion gibt es jetzt ein anderes Verhalten der Regionalregierung machen die irgendwelche konkreten Schritte die sie jetzt konkreter unterstützen in ihren Forderungen unterstützen zum Beispiel nach Einrichtung von Gerichten oder so kurdischen 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 kein eigenständiges land kurdischen gehört zu irak 2014 hat kurdischen die jesiden nicht beschützt alle jesiden fragen stellen diese Frage ich habe auch diese Frage gestellt was der Grund war dass wir nicht beschützt worden sind dass man uns in den Händen der IS zurückgelassen hat bis heute ist keine offizielle befriedene Antwort gegeben worden was der Grund war wer die Verantwortlichen waren es gab dort Verantwortliche diese sind nicht zur Verantwortung gezogen worden wir haben immer Fragen gestellt aber noch keine befriedigende Antwort bekommen deswegen verlieren die jesiden immer den Glauben das Vertrauen dem Grund wird nicht auf den Grund gegangen warum das passiert ist und jetzt war die genau eine Dame hier vorne bitte in der Mitte genau noch weiter zweite Reihe dritte Reihe danke mein Name ist Regina Regenhardt ich möchte mich auch ganz ganz herzlich bei Ihnen bedanken wir betreuen hier in Hamburg eine jesidische Familie und sind so ganz gut informiert ich habe eine Frage und zwar hören wir immer wieder dass viele Arab oder einige arabische Staaten den IS unterstützen ist es Ihnen möglich in diesen Ländern zu sprechen Ich war in Ägypten ich war in Kuwait ich war auch in Saudi ich wollte auch nach Saudi Arabien aber das war nicht möglich ich würde meinerseits in jedes Land gehen und darüber sprechen es ist möglich dass ich auch zum Beispiel bald nach Jordanien kann es ist unser Recht den arabischen Staaten zu sagen was unsere Forderungen sind und sie sollen klarstellen ob sie mit IS sind ob sie die IS unterstützen oder ob sie uns unterstützen wollen guten Tag vielen Dank ich freue mich dich hier zu sehen ich heiße Shirwat ich komme aus Kobane ich möchte dir sagen oder vor allem fragen dass die Jesiden bei uns in Kobane sehr geehrt werden ihr seid nicht alleine ihr seid immer in unseren Herzen bei uns in Kobane haben wir die Tradition in jedem Raum in jedem Haus wird die Geschichte von Daurish Abdi einem jesidischen Held erzählt wir waren nie abgeschnitten von den Jesiden und wir waren stolz auf Jesiden basit erzählt die zugelassen haben dass IS das genozid in Schengal ausführt es ist wichtig darüber zu sprechen und zu erklären Der Unterschied zwischen Islamismus und Moslem, was ist der Unterschied? Das Problem ist nicht nur die IS, sondern das Problem, die Ordnung, die Mächte, die den Islamismus unterstützen. Zum Beispiel Türkei, Katar, Saudi-Arabien. Ein Beispiel, was in Schengel passiert ist. Wir wissen, dass dort die HPG und JPG ein Korridor eröffnet haben. Und meine Verwandten haben sich auch daran beteiligt. Und diese Kräfte haben die Möglichkeit geschaffen, dass viele Jesiden geschützt werden. Und diese gleichen Kräfte werden von der Türkei und von Barzani angegriffen. Wie siehst du das? Das ist meine Frage. Was Barzani und Türkei in dieser Frage machen. Dankeschön. Wie immer bedanken wir uns natürlich bei den Kräften, die die Möglichkeit geschaffen haben, dass viele Menschen fliehen konnten und gerettet werden konnten. Viele Kinder sind auch bei einem Angriff der Türkei getötet worden. Wir möchten, dass zwischen der PKK und Barzani und der Türkei gelöst wird. Auf einer politischen Ebene muss das Problem gelöst werden. Alle drei Seiten müssen das Problem lösen. Mit Tod und Gewalt kann es keine Lösung geben. Ansonsten wird es dazu führen, dass die Jesiden nie wieder zurückkehren können. Die Jesiden werden, den Jesiden wird der Weg versperrt werden. Wir haben sehnsüchtig drei Jahre darauf gewartet, dass die IS aus Schengal verschwindet. Und wenn diese Probleme nach Schengal verlagert werden, dann wird es für die Jesiden noch schwieriger werden. Deswegen soll man mit Intelligenz und mit Politik dieses Problem lösen. So, jetzt bekommen wir noch zwei Wortmeldungen, glaube ich, unter. Zum einen hier und dann war dort hinten noch ein junger Mann. Genau, hier vorne hatte sich eine junge Dame gemeldet. Hallo, Annegret Hartig. Ich arbeite am Lehrstuhl für Völkerstrafrecht hier in Hamburg. Und deshalb ist auch meine Frage damit verbunden, also bei Verbrechen wie dem Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als bei Verbrechen von so einer Schwere, wäre eben auch ein Verfahren vor deutschen Gerichten möglich. Und deshalb, und meines Wissens hat auch schon der Generalbundesanwalt, ein Strukturermittlungsverfahren gegen den IS wegen den Verbrechen an den Jesiden begonnen. Und deshalb ist meine Frage, ob du bereits vor deutschen Strafverfolgungsbehörden ausgesagt hast oder das vielleicht auch in anderen Ländern versucht hast? Ja, in Deutschland habe ich es in Baden-Württemberg gemacht. Viele aus dem Programm haben Zeugenaussagen bei der Regierung gemacht, dass wenn eines Tages ein Verfahren in Deutschland eröffnet wird, dass diese Aussagen benutzt werden können. Und das Europaparlament hat auch davon gesprochen, dass sie darüber nachdenken, wenn ein internationales Gerichtsverfahren nicht eröffnet werden kann, dass das vielleicht im Rahmen des EU-Parlaments vorangetrieben werden kann. Ich und viele andere Frauen haben, wie gesagt, in Baden-Württemberg auf dem offiziellen Weg eine Zeugenaussage gemacht. Diese Zeugenaussagen können dann für ein Verfahren benutzt werden. Mein Name ist Fabrizio Siegel, ich bin Schüler. Sie haben gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass es vor Ort mehr Hilfsmaßnahmen geben sollte. Ist es denn so, dass man überhaupt in Ihrer Heimat etwas von internationalen Hilfsinterventionen mitbekommt? Und wenn ja, welche wären das? Ich habe nicht verstanden, was für eine Art von Unterstützung Sie meinen. Wir brauchen das Mikro nochmal oder Sie sagen es einfach selber nochmal laut. Ich glaube, es ging um internationale Hilfsunterstützungen im Irak. Habe ich das so richtig gesagt? Also internationale Hilfsbemühungen vor Ort im kompletten Irak oder eben auch gerade in Gebieten der Jesiden. Lebensmittel werden von vielen Ländern dorthin gebracht. Nicht nur für Jesiden, sondern für alle Flüchtlinge. Alle Flüchtlinge werden gleich behandelt, aber besondere Bemühungen für Jesiden kenne ich nicht. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank auch an Sie, Frau Murat, dass Sie wirklich alle Fragen beantwortet haben. Da war der Knopf einmal noch falsch rumgedrückt, aber das haben wir jetzt auch im Griff. Sie haben auch ein Buch verfasst inzwischen, was im Oktober erscheinen wird. Es lautet in der deutschen Übersetzung, ich werde eure Stimme, der englische Titel, The Last Girl. Sie haben dieses Buch auch verfasst, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um noch mehr auf das Schicksal der Jesiden aufmerksam zu machen. Bevor ich das Buch geschrieben habe, war ein Mädchen namens Delal, sie hat auch ein Buch geschrieben, das Buch ist von vielen Menschen geschrieben worden. Sie hat auch geschrieben, über das Leben der Jesiden. Auch Ferida hat über ihr Schicksal berichtet und das hat zu einem großen Echo geführt, Aufmerksamkeit für Jesiden. Jenan, eine andere Frau, hat eben mit Unterstützung eines Franzosen ein Buch geschrieben. Und ich wollte auch ein Buch schreiben, damit alle Menschen erfahren, was wir erlitten haben. Damit die Menschen daran denken, was passieren kann, um über die Zukunft noch mehr positive Dinge zu machen. Damit man weiß, was alles Schlimmes auf der Welt passieren kann, was mit den Frauen und Mädchen passieren kann. Viele Jugendliche gehen zur IS ohne ihre Realität zu wissen. Sie denken, es macht einfach Spaß, zur IS zu gehen, weil sie ihnen sagen, sie haben die wahre Religion und dass man danach ins Paradies kommt und dass jeder 70 Jungfrauen bekommen. Sie sollen die Realität der IS erfahren. Ich hoffe, dass Sie im Oktober dieses Jahres alle das Buch lesen können. Ich hoffe, dass die Jugendlichen vor allem das Buch lesen werden. Vor drei Jahren hätten Sie nicht gedacht, dass Sie heute hier sitzen. Wir hätten allen gewünscht, dass nicht die Sachen passiert wären, die dann leider passiert sind. Wenn Sie jetzt den Blick nochmal dieselbe Zeitspanne in die Zukunft richten, Frau Murat, in drei Jahren. Was erhoffen Sie sich oder was wünschen Sie sich für sich selber, aber auch für die Entwicklung? Strafverfolgung haben wir schon angesprochen. Was noch? Strafverfolgung haben wir schon angesprochen. Wir haben etwas erfahren. Drei Menschen aus unserem Dorf haben in Deutschland gelebt. Damals gab es keine sozialen Medien. Und dann haben sie uns Fotos geschickt. Und wir haben gesehen, dass es ein Land ist, in dem es sehr grün ist, das sehr schön ist. Und wir haben uns immer gewünscht, dass man uns Bilder schickt. Und wir haben immer gesagt, Mensch, wir können dort in der Fremde ohne ihre Familie leben. Das ist doch sehr schwierig, ohne Familie auszukommen. Und nach drei Jahren sehen alle Menschen, was alles passieren kann. Ich finde, nach drei Jahren ist die IS immer noch dabei, Blut zu vergießen. Und ich meine, wenn es ein internationales Gewissen gibt und wenn es so etwas gibt, was man Recht nennt und Menschlichkeit gibt, dann muss etwas passieren, damit wir alle daran glauben können. Und dieses Morden muss ein Ende finden. Jeder Mensch muss nach seinem Glauben leben können, in Freiheit leben können. Das reicht. Als ich im Irak war, die ganzen Menschen haben keine Zukunft in den Camps. Sie haben keine Hoffnung. 400.000 Jesiden leben in den Camps. Viele sind seit Jahren nicht zur Schule gegangen. Viele müssen ganz schwierige Arbeiten ausführen. Viele haben mir ihre Bilder gezeigt, die sie beim Arzt gemacht haben, weil sie sich Medikamente wünschen. Vielleicht etwas zu essen, dass man ihnen Medikamente schickt, Lebensschutz. Sie sind psychisch fertig. Sie sind zerstört. Sie haben alles erlitten. Ihre Tränen sind vertrocknet. Sie bekommen keine Tränen mehr. Es ist meine Aufgabe, die internationale Gemeinschaft innerhalb der nächsten Jahre darüber zu informieren, dass etwas passiert. Sie haben ganz am Beginn gesagt, es wäre ermüdend, aber daraus leite ich jetzt ab. Sie werden dennoch nicht müde und werden auch weiterhin kämpfen, sich weiterhin einsetzen und ihr Amt auch als Botschafterin mit so viel Kraft ausfüllen. Ich weiß, Sie mögen das Wort Kraft nicht. Mit so viel, ich habe kein anderes Wort, Energie, danke schön. Mit so viel Energie ausfüllen. Ich kann das System dieser Welt nicht zum Stillstand bringen. Ich bin dazu nicht fähig. Seit drei Jahren habe ich kein Leben. Es ist sehr schwer. Und wenn ich heute sagen würde, unser Haus ist zerstört, kommt, helft mir, das Haus aufzubauen. Ich sage das nicht mehr. Ich sage nicht, ich habe Hunger, gib mir was zu essen. Man spricht jeden Tag darüber, was passiert ist. Es ist sehr schwer, darüber zu reden. Es kann auch sein, dass ich eine Zeit lang mich zurückziehen muss. Nicht immer überall auftreten und sprechen. Ich kann nicht Schengal und mein Volk alleine lassen. Das ist etwas Schwerwiegendes. Das geht nicht. Sie haben aber mal gesagt, wenn Sie träumen würden oder wenn Sie sich einen Beruf wünschen würden, Sie haben, bevor das alles passiert ist, wären Sie gerne auch in einen Kosmetiksalon eingestiegen. Und jetzt habe ich was ganz anderes gelesen, nämlich Lokführerin oder war das ein Fehler? Ich bin im Dorf elf Jahre zur Schule gegangen. Wenige Frauen konnten außerhalb des Dorfes eine Bildung genießen, zu einer Universität gehen. Es gab dort keine Universität. Man musste entweder nach Kirkuk oder Mosul. Und damals habe ich Make-up gemacht und ich wollte einen Salon eröffnen in Kocho, weil es dort keinen Make-up-Salon gab und ich wollte das erste Make-up-Salon in Kocho öffnen. Ich wollte die Frauen und die Mädchen hübsch machen. Aber jetzt denke ich daran, Zugführer zu werden. Aber ich mag den Zug in Deutschland. In Deutschland habe ich gelernt, den Zug zu mögen, zu lieben. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr an einen Make-up-Salon denke, weil die Jesiden alle in Trauer sind und weil die Frauen brauchen kein Make-up jetzt. Sie sind alle verletzt. Und wenn ich zurückkehren wollte nach Irak, dann würde ich Make-up machen und hier in Deutschland Lokführer. Vielen, vielen Dank. Danke an Sie, Nadja Murat, dass Sie mit uns, die Zeit ist verflogen, so offen gesprochen haben und dass Sie so offen auch über Ihre Eindrücke, die Sie im Irak hatten, letzte Woche geschildert haben. Und ja, ich glaube, vielleicht darf ich für uns alle sprechen, dass wir Ihnen am liebsten wünschen würden, dass Sie schon morgen genau nur noch das machen könnten, was Sie wollten. Ob das jetzt Make-up ist oder eine Lokführerin in Deutschland zu sein. Wir brauchen dringend gute Lokführerinnen. Und trotzdem befürchte ich fast, dass wir Sie noch einige Zeit brauchen und zwar als Stimme für die Jesiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus